Energie ist die Essenz des Lebens und eine wertvolle Ressource, die eine immer stärkere Nachfrage erfährt. Das meiste, wenn nicht alles, wird aus erneuerbaren Energiequellen, einschließlich Solarenergie, abgeleitet. Photovoltaikanlagen sind die bequemste Methode dafür, aber sie müssen wie jede andere elektrische Anlage sicher sein. Wir stellen den MI315 PV-Analysator vor. Ein vielseitiger elektrischer Sicherheitstester für elektrische Photovoltaikanlagen mit einer maximalen Systemspannung von bis zu 1500 Volt. Der MI315 bietet genaue Messungen von elektrischen Parametern und Umgebungsdaten wie Einstrahlung und Temperatur der Modulsellen. Alle elektrischen Messungen werden in der Nähe eines Wechselrichters oder eines Generatoranschlusskastens durchgeführt und beginnen mit dem Anschluss des Testers an den ausgewählten String. Es ist einfach. Alles, was Sie tun müssen, ist ein Messverfahren auszuwählen. Drücken Sie Start und werfen Sie die Ergebnisse aus. Vor Ort oder bequem von Ihrem Büro aus. Ihr MI315 Ihre Wahl Ihr MI315 Ihr MI315 Ihr MI315 Ihr MI315 Untertitelung des ZDF, 2020